Früher bin ich ja eigentlich nie verreist, schon gar nicht ins Ausland. Ich fand Reisen so lächerlich und überflüssig und habe daraus auch keinen Hehl gemacht. Ich hatte eben ganz klar den Zusammenhang erkannt zwischen der Tatsache, dass die Deutschen Weltmeister am Reisen sind und gleichzeitig erwiesenermaßen auch eines der dümmsten Völker auf diesem Planeten. Zu diesem Schluss musste man meiner Meinung nach kommen, wenn man sich den Zustand des Landes vor Augen hielt. Ich hatte seinerzeit sogar als Aktion der Lufthansa vorgeschlagen, auf ihre Flieger statt ihres Namens das Statement »Wir sind wichtig« zu schreiben, damit sich ihre Kunden noch mehr hätten bestätigt sehen können. Aber das hielt die Firma wohl für keine so gute Idee und die Presse hatte meinen Vorschlag auch nicht aufgegriffen. » Replierende« » «